Käse-Fondue essen in einer Seilbahngondel. Wo das geht, zeige ich euch heute. Die Gondeln könnt ihr separat reservieren. Und innen drin ist es klein und gemütlich. Es gibt eine Heizung unterm Tisch und dadurch wird es schön warm. Wir haben erstmal Vorspeisen bestellt und dann kam zum Glück gleich das Fondue. Mit Brotwürfeln, Cornichons und Champignons. Einfach das beste Winteressen, oder? Extra dazu gibt es Kirschwasser. Da ist mir das Brot erstmal reingefallen. Leute, I cannot recommend it. Aber esst gerne das Toblerone-Mousse und folgt mir für mehr Berlin-Tipps.